Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,2 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, ich habe diese Leuchte zweimal erworben und bin sehr zufrieden. Die Leuchten werden gekoppelt betrieben und leuchten ohne aktive Bewegung mit 30% Helligkeit. Die Lichttemperatur ist angenehm gelblich. Die Montage ist einfach und sinnig, die Montageplatte an der Wand wird direkt verdrahtet, die Leuchte nur noch drauf gesteckt. Das kennt man bereits von anderen Noxlite-Leuchten so. Bemängelt werden muss immer noch der Bewegungssensor, der auch auf bewegende Bäume und Sträucher reagiert. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.